ARD Text im Auftrag von Funk Was ist jetzt hier los? Wieso spam hier alle? Was soll ich machen? Alle schreiben Keller, Keller, Keller. Was ist jetzt hier los? Was geht ab? Habe ich irgendwas verpasst, Chat? Wither, wither, wither. Was ist denn hier los? Es ist eine Trap. Wither, wither, wither. Was geht ab, Chat? Habe ich irgendwas verpasst? Im Keller, sagt ihr. Hä, hier ist nichts, Chat. Was redet ihr? Hier ist nichts. Hä, der baut... Hier baut jemand ab. Hört ihr das? Moin, YouTube. What the f***? Hä, ist das Patrick? What the f***? Hä, was macht ihr hier, Digga? Was macht ihr? Chef hat eben Tränke gebraut. Wither, Chef Strobel. Was? War das Chef Strobel jetzt oder wer? War das jetzt Chef Strobel bei mir im Keller oder Petrit, Chat? Ich bin gerade ein bisschen lost. Hallo, Sebastian. Was geht ab? Hallo. Digga, ich wollte eigentlich mit Petrit reden, aber wir wollen uns ja heute eher in die Planung setzen, ne, Felix? Ja, ja. Ich war eh gerade auch mit Petrit im Call, deswegen. Merdita. Petrit, was machst du wieder hier, Bro? Wieso bist du wieder bei CropTech? Ist Mietegeld ausgegangen? Ich zahle doch gar keine Miete. Oh, willst du ein neues Apartment kaufen oder warum bist du jetzt hier? Ja, genau richtig. Ja, was machst du bei mir im Keller wieder? Ich bin da nur gespawnt. Tatsächlich. Ich bin da gerade auch live gekommen und bin da halt gespawnt. Ey, sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Alle schreiben bei mir in den Chat, du willst Wither bauen. Wither bauen? Man kann keinen Wither bauen. Natürlich kann man Wither bauen. Bist du lost? Bist du dumm? Nein, kann man nicht. Digga, natürlich, Bro. Man kann einen Wither spawnen. Ja, Bro. Also kein Wither jetzt bei mir oder was? Ich muss leider einen Wither spawnen irgendwo. Ja, aber doch nicht bei mir im Keller. What the f- Doch, weil ich habe zu deinem Keller eine emotionale und seelische Verbindung. Oh, sieh, 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 sieh. Doch, ich muss einen Wither spawnen. Ich muss, ich muss ihn spawnen und betrachten und ihn anbeten. Doch, Petrit, Junge. Was ist denn jetzt schon wieder mit dir los, Digga? Was hast du die letzten Tage gemacht? Ich muss ihn anbeten, Revi. Und der einzige, oh, guck mal, ich habe noch gar kein Haus, die einzige emotionale Verbindung ist, dein Keller und Arkani. Ja, Lack, dann hol dir ein Haus, Alter. Geh doch nicht bei mir in den Keller, Junge. Du wirst kein Wither bei mir spawnen. Digga, nein. Und? Weil Arkani, den ich zwei Stunden lang gefahren habe, ich habe den auch schon lieben gelernt. Bro, der explodiert doch. Geh mal aus meinem Keller jetzt bitte raus. Ohne Witz. Nee. Petrit. Bro, Petrit, guck mal. Ich hatte wirklich jetzt vor, ich habe gestern Frieden geschlossen mit G-Time. Das war ein riesiger Step. Das war ein riesiger, das war ein riesiger Step. Hörst du? Weißt du, wie wichtig das war? Und jetzt habe ich alle Leute vereint für das bigste Bauprojekt, nur damit wir Trimax f***en können. Und jetzt kommst du wieder mit irgendeiner Sch*** daher, Bro. Ist das dein Gottverdammter Ernst, Digga? Ich hätte dich sogar, ich wollte dich sogar fragen, ob du dich mitmachen möchtest. Ich muss diesen Witherstorn. Nein, musst du nicht. Du, 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 wer sagt dir, dass du das musst? Hast du ein Sch*** Donation Goal da drauf, oder was? Nein. Bro, Petrit, bitte. Sag mir, sag mir, sag mir, warum du das musst. Es gibt wirklich keinen Grund, dass du das musst. Gibt es nicht. Es gibt keinen offiziellen Grund, warum du das solltest. Also, ich verstehe es nicht. Ich muss den Wither beschwören, Revi. Tut mir leid. Ich bin eh schon im Keller. Ich habe ihn schon beschworen. So, zack. Nein, Digga, wenn du ihn beschworen hättest, wäre hier so ein Ding. So ein Balken. Ich bin in meinem Haus gerade. Jetzt komm aus meinem Haus raus und hör auf mit dir. Mann, der Wither ist doch da nicht unsichtbar, du Affe. Komm jetzt aus meinem Haus raus, du Kindergärtner, Digga. Raus jetzt da, Mann. Nein. Digga. Petrit. Ich sehe es bis 20. Ich brauche diesen Wither. Du kannst ja oben bleiben. Ich kann ja mit ihm dann hier chillen. Digga, du chillst dich mit einem Wither in meinem Haus. Bist du dumm? Felix, komm mal bitte ganz kurz rum und hilf mir mal bitte kurz, ja? Ich bin schon da. Hast du Pfeile? Ja, drei Stück. What the f***? Ja, wow, Alter. Ey, Petra, entspann dich mal bitte, Bro. Wirklich. Es ist absolut übertrieben, dass du wirklich alle zwei Wochen wiederkommst und mich dann aufs Neute wieder... Erneut wieder ab... Digga. Muss ich wieder das Bauch auf Wienes dazu holen? Nein, bitte nicht. Ich habe mal Angst. Vor dem habe ich mehr Angst als vor dem Wither. Brauchst du Pfeile, Bro? Ab, Brat. Chillig, G-Time. Danke. Du bist ja auch hier. Ey, Petrit, ich schwöre, jetzt raus aus meinem Keller. Jetzt hör mal auf mit dem Kindersch... Einen Kopf noch, ne? Kommt nicht runter. Petrit, Digga, Mann, ich habe jetzt keinen Bock auf Erpressungs-Roleplay, Bro. Ich bin 28 geworden, Mann. Hör mal auf, Digga. Vor zwei Wochen sah der Haar so noch ganz anders aus. Petrit, ich verdiene mit YouTube über eine Million Euro im Jahr. Oh, Digga, der kriegt direkt Stressflähung, Alter. Geh jetzt raus aus meinem Keller. Geld ist nicht alles im Leben, Rebi. Stimmt, ich will auch einfach meine Nerven behalten, wenn es geht, Bro. Ja, ich muss nicht mit diesem Wither jetzt spawnen. Jeder hat andere Bedürfnisse. Mann, das ist doch kein Bedürfnis, mich abzuf... Du willst ihn einfach nur spawnen, um mich sauer zu machen. Das ist der Grund. Digga, raus jetzt da. Ey, Junge. Junge, wo ist der Böse? Ich, Digga, ich klatsche dich jetzt rum. Du bist nicht mal unsichtbar, du Trottel. Ich sehe sogar deinen Namen. Du bist einfach nur dumm und peinlich, Petrit. Raus jetzt hier, Alter. Wo geht es denn hier runter? Oh, du kommst ja. Jetzt, wenn ich dich sehe, werde ich mich vielleicht spawnen. Sobald ich dein Auge... Ey, Petrit. Ich muss Spark auf ihn hier schreiben. Ich habe gar keinen Bock. 9-1-1, Alter. Hast du genug Tote, Revi? Ich habe eins. Schnell, fünf Subs. Gift. Pet, Spark? Ja. Was mache ich, wenn jemand einen Wither in meinem Haus spawnen will und mich damit erpresst? Es ist mal wieder so weit. Ich erpresse ihn gar nicht. Ja, also wenn das zur Show gehört, ist alles okay. Zur Show? Ich weiß nicht, ob das zu der Petrit und Revi Show. Ich weiß nicht, ob das dazugehört. Und wenn jemand wirklich ein Erzhause probiert hat... Digga, die Petrit und Revi Show existiert nicht, weil Petrit nicht mehr auf den Server kommt. Petrit und Revi Show. Ja. Als wenn ihr so Zack und Coady... Revi, Spark will... Okay, ich habe die Subs. Es tut mir leid, Revi. Jemand hat... Digga, du sponserst den Mann, Alter. Spark, das ist doch nicht cool. Der kann doch nicht einfach hier einen Donogall machen für den Scheiß-Wither. Habe ich gar nicht gemacht. Spark will in Ruhe Minecraft spielen, Revi. Lass ihn doch da raus. Also Petrit, ich werde zwar nicht gefragt, aber meine Meinung ist... Also ich finde es eine gute Idee, Petrit. Hä? Ein Crump, ein Crump-Teilnehmer sagt, gut, Leute, go. Wo ist der? Ich check nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo hängt der hier, der Knecht? Petrit, guck mal. Digga, Mann, Alter. Okay. Hey, what the fuck, what the fuck, Digga, warum, Mann? Ich habe gesagt, wenn du kommst, wenn du kommst, das heißt, ich werde auch draufgehen. Mein Geheimgang, wo ist mein Geheimgang? Hey, Felix, komm mal wieder runter zu mir, Felix, hier ist wirklich an Ruhe, jetzt. Hey, Junge, das ist so unnötig, unter meinem Haus, ein Sch... Der gräbt sich nach oben, der gräbt sich legit nach oben. Ich habe keine Waffen, ich habe keine Waffen, ich habe keine Waffen. Oh mein Gott, ich muss draufgehen. Ah, ich habe Ruhe-Effekt, ich habe Ruhe-Effekt. Digga, das ist so ein... Ah, ich verrecke. Der ist voll einfach auf mich, Felix, hilf mir. Auf ihn, Reni, auf ihn. Ich bin echt da gewesen. Du hast genug Toten, jetzt auf ihn. Ich habe einen Toten, Mann, der fuck... Du hast drei. Oh, wow, baby. Ein Herz. Warum? Entschuldigung, den zweiten Wither, tut mir leid. Mann, Digga, Petri, ich schwöre dir. Ich habe gesagt, ich wollte ihn haben, weil ich ihn beschwören wollte. Ich habe nicht mal meine Chestlights an, du dreckiger Bot. Ich habe doch nicht mal meine Chestplate an. Ey, das ist nicht dein Ernst. Der spawnt schon wieder ein Wither bei mir. Äh, wenn du siehst, wo ist es eigentlich schon irgendwie ein bisschen... Ein bisschen fun. Ey, doch nicht direkt bei meinem Haus. Bist du geisteskrank? Ey, Digga, das ist unvermeidig. Ja, kann ich jetzt nicht. Wir müssen draufballern. Komm, let's go, let's go, let's go. Digga, der hat mein Kistenlager zerstört. Bist du so... Alter... Ey, Junge, das ist einfach too much jetzt, Petri. Das ist wirklich too much. Das reicht jetzt. Ey, Mann, doch nicht mein Kistenlager, Bro. Ich bin gleich dead. Spark, danke für deine Hilfe an der Stelle. Sehr geil. Ja, lass ihn hochfliegen. Sehr geil. Lass ihn hochfliegen. Ich bin tot. Ey, Junge, das ist einfach nur... Totem 1 ist weg. Ey, Junge, ich bin gleich down, ich bin gleich down. Ihr müsst weitermachen. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Der ist voll aggro auf mich. Ich muss den weiter hier reinlocken. Bro, meine ganzen Kisten. Ich baue das alles auf. Ich baue das alles auf. Shit, Alter. Oh, mein Gott. What the f***, Bro? Warum? Weißt du, was noch ungünstiger ist? Dass sich jemand seine Rüstung hat fallen lassen, weil er gerade gestorben ist vom Wazer, der Vollidiot. Ja, Bro, deine Rüstung ist gone jetzt. Das weißt du mal wieder, ne? Nein, nein. Doch. Also, da muss ich aber auch sagen, wenn du das Ding bei Revi im Keller spawnst bei Kisten und sowas und... Bro, legit, hier ist alles zerlegt, Alter. Zwei Stück vor allen Dingen. Ey, meine Fische. Ich will meine Fische zurück, Norman Ritterstimme. Wolle meine Fische. Petri, ich schwöre, jetzt reicht's. Du hast dich an... Nein, du hast dich an meinem Meerwasser-Aquarium vergangen. Das ist 1,5 Tonnen schwer. Sei ruhig. Digga, das ist... Nee, Alter, jetzt mal ehrlich. Hey, hier ist alles jetzt im Sack, oder was? Du kannst froh sein, dass hier Wasser gewesen ist. Ich guck mir das mal kurz an. Du hast Hausdruck, du guckst hier... Digga. Ja, aber ich muss wissen, wegen meiner Wurst... Fische sterben hier. Ich muss die... Ob das in Relation steht. Alter, das sind Tropenfische. Weißt du, wie selten die sind? Bro. Bro, ich hab die... Ich hab die von... Komm weg. One-hit, ne, leck. Komm weg. Ja. Komm weg. filosofische Foto. Komm weg. Komm weg. Komm weg. set полen AMAL. mü? Gebe je Magnus.